Schuss tötet den Gegner und der dritte Schuss, ja, lässt den Gegner verschwinden. In dem Fall wird es, glaube ich, nicht so der Fall sein, dass da jemand verschwindet. Verfügbare Schüsse, 50. Und wir haben eine Stabwaffe, juhu. Warum habe ich das... Ey, überlegt mal, wie lange sind wir jetzt hier schon unterwegs? Und finden jetzt erst das ganze Zeug. Wir finden Titanium Dust, was auch wichtig ist. Das ist ja Dream Come True hier. Okay, wir haben neue Waffe, das ist schön. Aber was wir nicht haben, sind Schafe. Okay, das läuft da jetzt ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das der... Nee, der Tokra kam ja nicht von dieser Gegend. Der war ja woanders angelandet. Zumindest für eine Weile. Wo der jetzt ist, weiß ich nicht. Er kam an, hat uns geholfen und ist verschwunden. Na, komm. Danke. Okay. So. Autsch. Oh, was denn das hier schön ist. Ähm. Okay, das war nichts. Gut. Sorry. Oh. Bitteschön. Okay, keine Schafe, dann gehen wir wieder. Oh ja, wie gut, dass wir jetzt hier Wappen bekommen haben. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas Wertvolles? Aber das hier wirklich Material ist, was wir nur im Dings gefunden haben? Weil guck mal, hier ist zum Beispiel gar nichts. Hier ist nur Eisen. Okay, gut. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Waffen mit Energie versorgen kann. Als ob alle Schafe ausgestorben wären. Ja, gut, stimmt. Die müssten, glaube ich, weiter da hinten sein, ne? Bei den Erdbeeren. Aber okay. Ja, cool. Also, Bewaffnung sind wir jetzt gut am Stüsseln. Gut am Start. So, das können wir brutzeln. Lecker Fleisch. Wisst ihr, genau, das wollte ich ja sowieso machen. Das ganze Zombie-Fleisch wollte ich ja eh brutzeln. Oh Gott, sorry. Dümmer im Eimo. Z Nickel-T. Na gut, wir machen das einfach so. Bevor ich jetzt irgendwie 10.000 mal falsch eingebe, machen wir das gleich mal so. Oh ja, das wäre natürlich auch, ah, ah, das wäre so schön, ne? ZPM, Zero Point-Modul wäre auch cool, kriegt man aber, glaube ich, so nicht. Ganz jetzt, das weiß ich halt wirklich nicht, was, wofür das gut sein soll. Da haben wir irgendeine Schrift, die dann irgendwo dasteht. Das könnte man machen, Platte, Titanium, okay. Hier, Garagentor öffnen. Die Waffe. Die Waffe haben wir. Die Waffe ist, wenn sie voll ist. Universal-DL gespeichert. Das ist für, äh, Stargate-Universe oder das Tor. Genau, wir wollten ja noch eine Kristallkammer machen. Dafür brauchten wir dieses gepresste Naquata-Gedöns. Dafür hatten wir das. Stimmt, für die Kristallkammer. Stimmt, die könnten wir theoretisch jetzt auch noch machen. Ja, gut, ich meine, wir haben ja jetzt das Zeug, ne? Wir haben Glas. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wenn ich es nicht woanders hingepackt habe, das Glas. Das Knochenzeug haben wir, schön. Okay, dann ab nach unten. Yay. Ich habe keine Diamanten, Leute. Vergesst das. Ihr kriegt von mir nichts. Ihr habt mich das letzte Mal getötet. Finde ich nicht gut. So, okay, mal gucken, wie sieht es hier aus. Sehr schön. Haben wir noch was? Achso, ja. So, dann haben wir das. Das können wir, was können wir da mitnehmen? Können wir das auch brutzeln? Können wir brutzeln? Okay. Müssen wir auch. Glaube ich jetzt erstmal. So, dann wollten wir Titanium. Kristallkammer. Gepresstes Naquada. Naquada aller Inga. Kriegen wir mit dem Hammer hin. Okay. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Also, wir haben die Zahnräder, Platte Titanium, okay. Raw Naquada haben wir. Was war noch mal damit? Könnten wir das umwandeln? Nee. Okay. Also. Platte Naquada. Platte Trinium. Trinium. Wisst ihr, Trinium, das haben wir aber nicht. Trinium, das ist okay. Nein, keine Kohle mehr. So, das ist das gleiche, Titanium Inga, okay. Okay. Platte Titanium, das haben wir. Naquada, genau, davon brauchen wir noch eins. Titanium Nugget, gut, also da haben wir ja auch viel, ne. So, zack. Noch mehr Titanium, Titanium Ingott, Titanium Ingott. Und daraus kriegt man ja nur die Titanium Platte. Genau, die haben wir. Imperial Naquada Ohr. Das war, glaube ich, das etwas dunklere Naquada. Ohr Silizium haben wir noch. Was haben wir noch? So, das ist noch Titanium. Okay. Ja gut, wir haben bloß einen Ofen, ne. Deswegen müssen wir dann vorsichtshalber noch mal einen hinbauen. Zumindest ein bisschen schneller Fortschritt machen. Äh, gib mal her. Energie läuft, sehr gut, zack, und. Das ist jetzt wieder verräumt. Okay, warte mal. Erst mal hier Treibstoff auffüllen, ganz wichtig. Zack, sehr gut. Und wir haben... Hä, wieso habe ich hier noch Treibstoffeimung? Also Öleimung. So. Das brauchen wir, das lassen wir hier, das kann weg. Käseerz. Ja stimmt, wir können ja auch später... Wenn wir es so weit schaffen sollten, wenn wir auch zum Mond fliegen, wenn wir das schaffen sollten, mit der Rakete. Trinium in Gott. Das haben wir nicht. Okay. So, was können wir noch? Na, Quader-Erz, Titanium-Erz, flüssiges Zeug, das geht noch nicht, okay. Also ein eigenes Gate bauen wird, ja, war nix. Transport-Plattform, das war halt wirklich das einzigste, wo ich dachte, das wäre was. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir noch nicht. gott oder ronaget ronaget platte in der quad so titanien brauchen hier haben wir ja genau hier hatten wir nichts drin das ist das ist das weg das weg das weg das ist das das da ist das gut stadt waffen wie gesagt weiß ich jetzt nicht wie ich die laden kann ok witzig treibstofflader frachtlader ok das haben wir gepresster kupfer haben wir nicht weil gepresster kupfer können wir machen wenn wir machen was ist gepresster zinn können wir auch machen zinnkanister ok also zinn und zinn und kupfer kupfer und das waren jetzt glaube ich zwei davon bloß einer ok ok gut noch die presse anwerfen das sind zwei gepresste zinn oder warte mal erstmal erstmal hier so 1 2 1 2 kann ich das auch gleich 1 2 1 2 1 2 geht das geht nicht gut kostet 10 und 5 mal das ok so davon brauchen wir dann auch bloß noch eine wunderbar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 perfekt kohle wird nicht reichen deswegen muss ich nachfüllen ja zwei kohle perfekt ach genau jetzt wird man das fleisch noch machen wo hatte ich jetzt das 11 11 mal fleisch hier alle vier und sechs sogar junge ja dann let's go und er hier zack läuft 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 und wir kriegen eins pro dings raus na genau oder ne warum mache ich mir so umständlich ich kann es doch oben in dem ofen werfen aber erst mal hole ich mein zeichnet so zack gut dann brauchen wir wir haben alles perfekt ok also also 1 2 3 4 5 1 2 und zack und dann bleibstofflader haben wir fill you up genau so lass mal gucken kann ich damit vielleicht die waffen aufladen wäre witzig aber nie das beladen stopp ein treibstoff zum laden ja gut das ist zumindest haben wir es erst mal gemacht so das weg dass das ja doch das auch weg ok so nahrung 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 oh erbensatz hatte ich noch nicht als samen habe ich hier noch was vorbereitet gehabt er doch theoretisch ja kurz davor das erstmals weg ich habe noch so viel staff im rucksack das ist ja katastrophe ist das so das können wir machen kohle labislazuli einfach irgendwo vor verbauen so damit funktioniert zwar nicht aber hey das arbeitet keine energie mehr sehr schön dass man wieder platz machen und dann alles leer genau die notiz die heben auf für das geld für das zweite geld was wir gefunden hatten und atlantis nein okay das passt also das weg das 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 lassen wir das kann weg das kann weg das was gut die prüden immer mit schutz weiß ich nicht wenn ich jetzt nicht so gut sind aber gut das sollte reichen schere haben wir nicht mehr die muss auf jeden fall mit so hier muss soweit alles was wir brauchen sehr gut kann ich das eigentlich auch in den lager packen ich hatte kein giftiges wasser für den lager okay weg damit so dass das bogen haben wir keine pfeile mehr ich bin gut so der rucksack ist leer genau okay dann können wir erstmal kurz alles wieder abmähnen soll ich erstmal wieder schöne gotten machen hier zack 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 hier noch zwei plätze das kann weg curryblatt rote beete tomaten weizen ananas das 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 ok mais haben wir zu viel meist das bedeutet wir können brutzeln schon haben wir zu viel ressourcen so ach herrlich was ist das lentils ok da gucken wir mal also wir haben jetzt auf jeden fall sachen die wir noch gar nicht im dings haben oder es ist auch schon voll curryblatt gleich erstmal was neues gepflanzt sehr schön cool und wir sind voll wir sind das da rein die erste nahrungskiste ist gerammelte voll das wird nichts mehr da können wir das hier reinpacken das was rest ist so ne das waren samen die kommt da rein das kommt da rein kaffeebohnen leckerfleisch da rein das bleibt das bleibt so 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 gut wir könnten ja kartoffeln nehmen wir mit wir könnten mais machen mal gucken gibt es da irgendwas anderes als popcorn maiskolben butter butter brauchen wir schlagsahne ok maismehl ok maisbrot mhm sahnemais sahnemais und pister maissalat können wir aber also limone haben wir nicht wir haben keine limone patat 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 ok aber dafür brauchen wir diesen mais und den haben wir nicht wir haben nicht diesen mais sprich wir können popcorn machen aber wir können nur mit äh habe ich nicht den anderen mais mitgenommen die habe ich nicht ne ok habe ich nicht reiss mais den nehmen wir auf jeden fall mit äh reissamen äh da würde ich sagen machen wir das hier weg so weg damit keine Ananas mehr so zack ok Ofen ne wir machen das nicht hier wir machen das oben bei unserem Ofen bei unserem Herd wir kochen das jetzt nein so er hat es an wir haben noch vier fleisch so genau das würde ich sehen so schnell zack 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 weggebrutzelt ach hier haben wir diesen mais brauchen wir ich wusste doch irgendwo hatte ich den passenden mais gehabt zwiebel haben wir maiskörner haben wir auch schon ok so das ist ein kaffee flax flax was macht man mit flax kann man sieben so so flax flaxseed ok 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 mh Zucchini Auflauf wir haben bloß kein Käse Quark, Käse, Käse, Milch ok ja gut da müsste man ein paar Kühe melden gehen ne wir haben ja auch noch so viel nach und drin jungen jungen n oh 64 n sagt dann machen wir noch das und dann machen wir noch den mais fertig sehr schön das geht so schnell finde ich sogar so 64 junge junge gut dann suchen wir jetzt mal ein paar schafe aber wirklich vielleicht doch um